Hallo und herzlich willkommen Leute zurück zu Emily Wants2Play Ja ähm, das ist jetzt mein allerletzter Versuch Und wenn ich das jetzt in dieser Folge nicht schaffe, werde ich es nicht mehr probieren Dann gebe ich einfach auf und ja, ihr könnt dann das Ende woanders schauen Und ich werde dann dasselbe tun Aber ja, ich habe ein paar, ich habe ein paar ähm, Tricks Obwohl Tricks kann man es nicht wirklich nennen Aber ich habe mal bei einem anderen Let's Player reingeschaut, wie der das geschafft hat Und ja, also erstens, man kann vor Emily auch wegrennen Also vor Kiki, aber keine Ahnung wie die heißt, ich nenne die immer noch Emily Ja, man kann vor ihr wegrennen, weil sie so langsam ist Deswegen wenn Chester und sie gleichzeitig kommen, dann kann ich wegrennen Und ja, und hier gibt es ja auch noch einen Keller Und da habe ich auch zufällig gesehen, wo der Keller ist, aber da werde ich nicht runter gehen Weil sonst komme ich nicht mehr so leicht raus, glaube ich Irgendwie so war das, aber continue und ähm, ja, super Ich habe mir heute noch eine Menge andere Horrorspiele gekauft Für 50 Euro habe ich mir tausende Horrorspiele gekauft Ja, und die werden wir alle mal ein bisschen anschauen Und vielleicht auch alle durchspielen 5 Euro, äh, 5 Euro, was für 5 Euro? 5 Uhr Puh, ich mache es mal ein bisschen leiser Äh, Entschuldigung Oh Mann, ich bin mit meinem Stuhl auf mein Kabel So ein bisschen leiser So müsste es, glaube ich, passen Äh, so, Licht an Äh, ich möchte nicht Tschüss Mann Das war knapp Das war sehr knapp Hm, okay, Clown So, wo ist die Olle? Olle Knolle Emily? Bitte auf Emily, bleib da stehen Hat dir niemand Erziehung beigebracht? Hm Okay, Clown Mann Ist doch so kuselig Jetzt bitte geh, Emily So, man kann die mal gehen Man will die mich Eigentlich verarschen Huch, Emily Bitte bleib da stehen Oh nein, geh weg Öh, Clown Oh, okay Jetzt bitte, Emily Mann, hier ist die nicht Und tot Äh, das war Wieso habe ich das überlebt? Mann, Clown Ich habe nur noch 25 Sekunden Wo ist die? Soll ich wirklich mal in den Keller schauen? Entschuldigung, einfach mal in den Keller Äh, wo ist die, Emily? Emily, bitte hör auf Okay Oh, da bist du ja Und verloren Okay Okay Ja, super Oh Mann, das nervt mich so Wo war die? Ja, äh Let's go Genau Genau So, hier Nervensägen Okay, nein, ich sage keine Nervensägen Bitte lass mich in Ruhe Ah, da bist du Emily Soll ich da runter gehen? Ich weiß es nicht Ich denke nicht, dass die da unten ist Äh, wo ist die? Okay Ah, da bist du ja Emily Mann, noch 12, 11, 10, 9 Ich kann mich eigentlich schon töten lassen Da bist du Wow Mann, hast du mich erschrocken Alter, Mann Das nervt mich so arg Jetzt bitte Ich will das schaffen Was ist das für ein Schrott? Da, jetzt bist du hier Cool Emily, geil Und, wie geht's? Weil ich warte, bis die Zeit fast um ist Obwohl ich weiß ja, wo sie ist Ich könnte eigentlich rumlaufen Und dann, wenn die Zeit knapp wird Da hinrennen Denk ich Weil ich mag das nicht so gerne In einem Raum zu bleiben Die ganze Zeit Das geht doch, Emily Nein Okay Nein, Mann Ich hab die aus Versehen schon eingesammelt Wo ist Wo ist die jetzt? Scheiß, Mann Das war ein Fehler Hätt ich's nicht gemacht Hätt ich's vielleicht geschafft Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher Ob ich's schaffe Da ist die Emily Tut mir leid, wenn ich nicht so viel rede Aber ich bin echt nervös Ich will das so unbedingt schaffen Emily, bitte geh weg Fahr die Ah, mein Herz klopft wieder Sehr arg Mann, wo ist die jetzt schon wieder? Okay Mann, wo ist die? Verdammt Die ist nicht im Bad, oder? Da Okay Nein Was? Ey, das war doch so unfair Mann, ich hab es doch geschafft Ich hab's doch fast geschafft Wer hat das nicht gewinnt Das war jetzt so fies, Alter Ohne Witz Ich hätt's jetzt geschafft Aber nein Das Spiel hasst mich über alles Das ist nicht wahr Nur noch drei Minuten bestimmt Oder zwei Minuten Ich hätte die vielleicht sogar nicht mehr finden müssen Und ich hätt's geschafft Mann, das war jetzt ohne Witz Das war echt das fiesste vom ganzen Spiel So fies war das Spiel noch nie Ja Emily, verpiss dich einfach von mir Ich hab keine Angst von dir Jetzt mein ich's ernst Ich hab wirklich keine Angst von dir Bist einfach nur hässlich Okay, ich mach sie bestimmt nur noch wütender Wenn ich sowas sag So, einmal hier schauen So, wo ist die denn? 37 Ja, genau, Clown Emily, Mann Ja, wir schaffen's nicht Oh Mann Ja Wir haben's nicht geschafft Mann, das ist so eine Unmöglichkeit Vor allem, Alter Das Haus ist nicht so groß Wo kann sie sich denn überall verstecken? Wir finden sie echt selten Echt sehr Ja Die versteckt sich sehr gut Die ist die beste Versteckenspielerin Auf der ganzen Welt Mann, Emily Okay Aber jetzt weiß ich Was die immer Immer wenn die unsere Lampe aus Ausmacht Dann steht sie direkt vor uns So viel weiß ich jetzt Auch noch Das hab ich dazu gelernt Wieso renne ich nicht eigentlich Von Emily weg Ich hab zu viel Angst Dass es doch nicht so gut klappt Mann Ich hab's doch vorher fast geschafft Das wär diese scheiß Chester nicht gewesen Ich hab eh Was willst du, Emily? Nein, ich scheiß auf dir Wisst du was? Ich probier mal was aus Okay, es hat ziemlich Gut geklappt Ähm, ja, das war Sehr toll Ich hab echt keinen Nerven mehr Vor diesem Spiel Das ist doch so So ein Scheiß Das Spiel ist kacke Das Spiel ist so kacke Das Spiel ist einfach nur kacke Kaki Okay So, jetzt Kikiriki Wo du taust Da bist du ja Wieso? Der Mann Wo taucht die Olle Jetzt schon wieder auf Mann, ich will nicht mehr Mann, ich hab mich so fertig Bist du hier? Nein Ja, Klauen Ja Das war's dann Ja, wir sehen uns dann Im nächsten Video wieder Ich hab gar keinen Bock Mich richtig zu verabschieden Ja Bis dann Bis zum nächsten Video Ciao